Was ist denn da los? Was hast du denn wieder angestellt, du Kackpratze? Und kippe raus in der Werkstatt, wo gibt's denn sowas? Die ganze Karre ist verfriemelt. Und Fettbämmen fressen gibt's ja auch nicht. Ich mach hier noch die Frecke. Ich hab's doch extra aufgeschrieben. Kippe raus, gehne Fettbämmen fressen, klotzen auf und arbeiten. Aber was heißt denn das? Wie, was heißt denn das? Mach die Klotzen auf, du Arschkrampe! Chef! Was, Chef? Der kann kein Ostdeutsch, der ist doch von drüben. Was? Du kannst kein Ostdeutsch? Bin ich jetzt entlassen? Das hab ich doch gar nicht gewusst. Über 60 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig Ostdeutsch. Da muss man doch was machen! Schreib dich nicht ab, lerne Ostdeutsch und mach die Klotzen auf, du Arschkrampe.